Musik 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 Wo sind wir denn jetzt hier? genau. An der Grenze zum Nordwestern Territory. Yukon Nordwestern Territory. Und? Freut euch jetzt wieder weiter in den Norden zu kommen? Jetzt geht es nach Innowik. Die geilen letzten drei Events stehen jetzt an. Es wird noch richtig klasse heute morgen. Wir ziehen jetzt hier ein Auto und es ist auch mein erstes Mal, dass ich ein Auto ziehen werde. Und mein letztes Mal auch. Ihr macht ja mit dem Team, mit dem Detlef. Setzt du die Hoffnung auf, Detlef ist ja schon eine Kante, oder? Ja, der ist ja riesengroß und stark. Also, wenn der das nicht schafft, will sich ja auch nicht weiter. Stopp! 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 Stop Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Komm, Deppi! Ho, ho! Ho, ho! Ho, ho! Weiter, 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 weiter! Sauber! Noch einen ersten Platz, geil! Ja! Glücksgefühle gerade. Na klar sind das Glücksgefühle. Das ist doch ganz klar. Wir sind jetzt eine Woche hier, Leute. Wir sind 16 Kandidaten. Wir reißen uns jeden Tag, entschuldige bitte, wenn ich so spreche, wir reißen uns jeden Tag den Arsch auf. Und kämpfen und sind aufgeregt und haben teilweise widrige Bedingungen. Und wenn man dann mit einem Erfolg, wenn man dann wieder ein Erfolgserlebnis hat, ist man einfach glücklich. Das ist nur normal. Überall. Wenn ihr da drin schlafen müsst, braucht ihr Silb. Also ich hatte am Mount Fitzroy in Patagonien schon eine Schneehütte. Wir sind fertig, hallo. Perfekt.